Hallo und herzlich willkommen zum dritten Tag auf der Gamescom hier aus Köln. Die ersten beiden Tage waren schon vollgepackt voller Gaming-Highlights. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema RIGs, das heißt cleane PC-Systeme. Wir haben uns die besten für euch ausgesucht und passt genau auf, denn um einen exklusiven Nvidia GeForce GTX USB-Stick zu gewinnen, müsst ihr die Frage am Ende dieses Videos beantworten. Ich wünsche euch dabei viel, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wow, da waren schon ein paar richtig, richtig heiße Teile dabei. Was aber auch geil ist, unser Nvidia GeForce GTX USB-Stick. Den könnt ihr gewinnen. Postet einfach euren Favoriten in die Kommentare. Schreibt dazu, warum ihr dieses Gerät so geil findet. Und wir werden dann einen Sieger von euch küren. Ich wünsche euch dabei viel Glück.